Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf den Marsch. Wir machen hier weiter mit Mais. Wie gesagt, kurze Pause hat gemacht. Und das Spiel war pausiert. Hat gerade die Karte ein bisschen gekocht. 70 Grad. Aber macht nichts. Er zahlt viel Arbeit. Wie der Lüfter. Das hat er mit da. Er ist schwer, der hat ja gekocht. 2 Grad. Also wenn er stehen bleibt, dann geht's mehr hoch. Wollen wir so ist? Keine Ahnung. Automat. Tempelmarkt brauche ich doch. Ja. Können wir vielleicht noch ein paar Tampagne machen. Zwei Kästchen. Zuerst mal nichts. Das ist immer noch der Mittag im Bauch. Das trage ich jetzt nicht. Wir sind spät gegessen als im Einzel. Das war vorher nicht fertig. Das hat noch ein bisschen näher gedauert. Die Titelanfrage haben so ein Zeug alles. Wir machen jetzt weiter mit Mais. Stück für Stück. Aber das Ende ist nahe. So tut es dann nicht mehr. Brauche ich mal. Die Hälfte haben wir locker geschafft. Jetzt geht's nur noch um den Rest. Und wie gesagt. Heute am Tag. Meine Schweine in Krühe machen. Aber wie gesagt. Das ist eher hier im Spiel. Morgen früh. Der Fall. Na da. So stecken die schon wieder. Einer muss. Leer gemacht werden. So. Du darfst. Schneller fahren. Zumindest 50. So. So. Jetzt gucken wir mal leicht. Das wär was geworden. Allein abgehauen wird. Die werde ich gesehen. Das war so tief im Rahmen gewesen. Gut. Das ist dann gleich im Stau. Aber egal. Das macht nix. So das hier. Mikrofon gekommen. Das macht nix. Auch wie ihr habt keine gehört. Bumm bumm. Ich hab mir ein bisschen Licht angemacht. So. Ich überlege mal. Ob die Webcam. Ob ich da. In den Modus. Anschalten sollte. HDR. Aktivieren. Das könnte natürlich. Schuss nach hinten gehen. Ich hab gesehen. In einigen Videos. War. War ich unscharf wegen. Also. Ich weiß nicht warum. Da. Hier mal sehe. Es kann nur ein Aufnahmeprogramm liegen. Gibt's ja jetzt keine Erklärung für. Da es sich wieder gegeben hat. Ich denke mal. Das macht man nachlässigen. Aber. Ja. Im Auge beharrten. Ne. Woran es denn genau liegt. Ich hab ne neue Kamera genommen. Und mal so entschieden. Mal eine neue Scoop zu legen. Aber. Wie alt hätte es auch gemacht. Gib ich ehrlich zu. So. Schnell die Sache hin ausbringen. Schnell die Mühe. Ich weiß nicht. Anders haben wir auch noch. Ich hoffe da passt mit der Musik und Ton. Ich weiß nicht. Ich hab nur noch mitlappt ne. Ich hab nur noch mitlappt ne. Geht vorwärts. Komm weg doch ne. Ja das ist so eintunig ne. Jetzt seh ich mich gerade auch unscharf. Also. Ha. Das ist jetzt auch gut. Das ist nicht gut. Das ist weg. Ja ja. Was mit dem Licht zusammenhängt. Ich weiß jetzt nicht. So. Was da mitten drin passiert ist. Äh. Eckwürdig. Komisch. Oder weil es hier einfach zu dunkel ist. Keine Mühe. Antwort werden. Wer weiß. Ne. Augewarten. Kann man in der Kamera liegen. Muss aber nicht. Mal schauen. Also. Ne. 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 schon dunkelrote bruder gas gas So, glauben wir. So, stein die I, hauf damit. Ne, 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 ne. Das ist zu schnell. Die muss ich aber ganz rechts fahren. Also hier ganz schön schräg gefahren. Nicht so schnell. Aber es geht. So. So. Fährt der andere langsam. Glücklich ist es. Und soll es recht sein, ne. Da haben wir noch Zeit. Ich bin trockige Zunge heute. So, das ist jetzt kompliziert. Keiner hier sieht. Einen großen Tisch, aber kein Platz. Doch gar nicht. Der Sprit muss reichen, Junge. So sieht es leer. Dann muss ich mal kurz auftauchen. Einsteigen normalerweise. Weiterfahren. Ja, ja. Aber drinnen. Zahle Rüsten. Die anderen beiden werden wir gleich wieder abhauen. Oh, einfahren solange. Oh, auf zum Hof. Geht das Geld gerade hin. Doch wieder Lohnkosten hier. Haben wir noch ein Geld an Möglichkeiten? Ja, wir sind ja fast schuldenfrei. Ne doch. Fast gut. 2,8 Millionen Schulden haben wir doch und ich sag fast schuldenfrei. Das ist auch gut. Bevor wir hierher düsen müssen mit unserem anderen Fahrzeug. Trankbad, wo bist du? Ja, jetzt geht voll. Geht rein, ne? Der Timer ist nicht gedrückt, das ist schlecht. Dann kann man die Folgen jetzt überziehen. Die Tankart auch. Da ist ein großer Loch. Dann können wir gleich mal schauen. Was die Tafel machen. Also hier 18 und 17. Das sind die Tafel und da sind Rüben. Und was unser Grasfeld machen könnte. 12. Gras ausgesät. Okay, das ist ja richtig. Da ist jetzt Weizen. Und hier will ich eigentlich Gerste aufbringen. Dann haben wir unsere Brauerei, die wir dann brauchen könnten im Winter. Bis man das verkaufen kann. Oder beziehungsweise füllen könnte. Das wird entsprechend immer noch hellgrün. Das sieht nicht gut aus. Wird nicht werden. Müsst ja zumindest gelb werden. Obwohl wir Gras ganz gerne eine Stufe überspringt. Aber ja, abwarten, ne? Bei Mais haben wir jetzt gut die Hälfte geschafft. Sehr gut die Hälfte. Da muss ich mal sehen. Ja, erntereich weiß ich noch nicht. Vielleicht morgen. So, ob ich gleich jetzt jemand bezahlt haben. Ist schon viel. Hier wird ja hier den Strom fertiggestellt, ne? Wollen wir reparieren? Ja, ne? Das stimmt schon, ne? Das könnte schon was engern. So. Ich hab beinahe verkauft. Dann hätten wir ein Problem. Wenn wir einen bieten müssen. Jetzt können wir theoretisch wieder ein bisschen mehr ernten. Sorry. Ja. Jetzt mal einer mitdenkt hier. Beide mit 11 kmh. Das ist... Dann können wir ja alle Ruhe nachher. Die beiden hier stoppen. So. Hier sieht man schön den Kurs vom Cosplay. Aber so. Jetzt kann man natürlich auch nicht. Ja. Aktivieren, ne? So geht er. Entschuldigung. So. So. Ob das jetzt neu ist mit Cosplay, dass er dann nicht mehr weiter arbeitet, wenn ein Tank leer ist? So. So. Gleich mal einstellen. der zweiten nein er schiebt ihn die gehen ja mal aus beziehungsweise dann wenn es soll geht nicht aus vollgetankt das kann ich nicht mehr meckern so lieben so das ist es heute gewesen ich danke fürs reinschauen dann sage ich mal von hier aus noch mal schüß um den glückchen tschau tschau ja das geht noch bald weiter mit meisen leider dann sage ich noch mal schüß noch mal danke danke für alle die immer zugeschaut haben mal gleich mal kommentiert haben noch mal hier ganz kurz winke winke